Okay, das Cover sieht, naja, ich sag mal seltsam aus. Auch der Titel ist irgendwie nichtssagend. Ich hatte jedoch die Gelegenheit bei meinem Jahresrückblick von 1991 mal kurz reinzuspielen und ich war eigentlich recht angetan. Hält sich der Eindruck auch noch nach längerem Spielen? Was taugt Sodomons Klapfen Game Boy heute noch? Das Spiel erschien in recht frühen Lebenszyklus des Game Boy seit 1991. Es wurde von Graphic Research ermittelt und von Tecmo weltweit veröffentlicht. Das Spiel ist quasi der Nachfolger von Sodomons Key auf dem NES, welches im Original wiederum ein alter Spielhallen-Titel ist. Das Gameplay ist relativ simpel. Wie schon erwähnt, basiert das Spielprinzip auf einen frühen Spielhallen-Titel und daher verwundert das auch nicht wirklich. Ihr steuert den kleinen Zauberer Dana durch die insgesamt 50 Level. Diese umfassen jeweils nur einen Bildschirm und euer Ziel ist simpel. Erreicht den Schlüssel, schließt damit die Tür auf und geht hindurch. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Da die Räume natürlich teilweise Labyrinthen gleichen und euch allerlei Feastlinge und Hindernisse erwarten. Ihr seid aber zum Glück nicht ganz wehrlos unterwegs. Ihr könnt zwar nicht direkt kämpfen, als Zauberer verpöpt man natürlich physische Gewalt, aber ihr könnt natürlich, naja, zaubern. Jedoch könnt ihr leider nur Kisten manipulieren. Heißt also, entweder könnt ihr Kisten erschaffen oder verschwinden lassen. Wenn zum Beispiel ein Gegner auf einer Kiste steht, ihr diese verschwinden lässt, stürzt der Feastling in die Tiefe und stirbt. Ihr kämpft also magiegerecht eher indirekt. Aber ihr braucht die Kisten natürlich nicht nur für den Kampf, sondern müsst euch zum Beispiel auch eine Treppe bauen und so weiter. Etwas sportlich ist unser Zauberer aber denn doch und springen könnt ihr glücklicherweise auch. Neben dem Schlüssel könnt ihr teilweise auch andere Gegenstände einsammeln. Es gibt Vasen, Hammer, Sanduhren und eine Pistole. Mit dem Hammer könnt ihr spezielle Begrenzungen im Level zerstören. Die Pistole ist eine Wasserpistole und löst Flammen. Die Sanduhr setzt den Timer zurück und so weiter. Außerdem sammelt ihr in jedem Level Geld ein. Das könnt ihr dann ab und zu in einen Shop für mehr Gegenstände ausgeben, die euch mal mehr, mal etwas weniger helfen und zum Beispiel dauerhaft schneller laufen lassen. Zum Glück müsst ihr das Spiel nicht an einem Stück durchzocken, da ihr nach jedem Beschafften Level ein Passwort bekommt. Und so muss das sein. Die Grafik finde ich durchaus genug. Sie hat einen schönen Stil und man behält jederzeit die Übersicht. Auch habe ich beim Spiel nie einen Slowdown gesehen, obwohl teilweise viel auf dem Bildschirm los ist. Nicht unbedingt selbstverständlich für die Zeit. Das Sound ist ebenso spitze und geht sofort ins Ohr. Perfekte Puzzle-Begleitung treibt euch durch die Level. Was taugt Zollermanns Knapp für den Game Boy also heute noch? Ich bin durchaus angeteilt von dem Spiel. Es ist ein netter Puzzle dafür zwischendurch. Die kurzen und knackigen Level laden zum kurzen Spielen ein und durch das Passwort-System könnt ihr immer wieder später einsteigen. Für mich eine klare Empfehlung für die Puzzle-Fans unter euch. Das war der Testo Sattemanns Knapp für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr was zu tun ist. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschö.